Was gibt es Neues von Schmalz im Bereich Presswerk-Automation? Schmalz hat ein neues, innovatives Rundrohr-Tooling-System entwickelt, nennt sich SXT. Mit dem SXT schließen wir jetzt damit die Lücke vom Werkstück bis zum Roboter oder der Transfereinheit. Schmalz bietet eben mehr als nur Vakuum-Saugreifer. Was sind die Highlights des SXT-Tooling? Zum einen extra flexibel. Extra flexibel heißt höchste Modularität und das bei einer sehr geringen Anzahl an Einzelkomponenten. Zweitens extra durchdacht, das heißt kompaktes und klar strukturiertes Portfolio. Und drittens extra schnell, sehr leicht und damit passend für jede Presswerk-Automation, egal wie schnell Ihre Presse läuft. Was ist das wirklich Spezielle am SXT-Tooling? Das wirklich Spezielle ist genau dieses Teil. Dieses Teil ist eine Parallelklemme, eine Kreuzklemme und alles dazwischen. Nur durch das Lösen einer einzigen Schraube kann der Einrichter eines Presswerk-Toolings jede Position auf dem Werkstück erreichen. Und das durch unsere innovative Zahnscheibentechnologie. Wenn Sie mehr über unser SXT-Tooling erfahren möchten, besuchen Sie unsere Webseite schmalz.com. Vielen Dank und bis bald.